Die Aussagen von Ex-Präsident Donald Trump, dass er NATO-Partner, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, keinen Schutz vor Russland gewähren würde, hat weltweit für große Entrüstung gesorgt. Trump hat nun diese Aussage noch einmal verteidigt mit dem Hinweis, ihm liege daran, die NATO stärker zu machen. Sie zwingt jedoch die angesprochenen Mitglieder des westlichen Verteidigungsbündnisses dazu, darüber nachzudenken, was wäre, wenn im Fall der Wiederwahl von Trump aus einer Drohung ernst wird. Ein Thema, das auch in Deutschland kontrovers diskutiert wird. Polnische Soldaten patrouillieren an der Grenze zu Belarus. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat das NATO-Mitglied und Nachbarland Russlands massiv aufgerüstet. Allein bis zum Sommer 2023 gab Polen rund 14,6 Milliarden Euro für Panzer, Raketenabwehrsysteme und Kampfflugzeuge aus. Denn die Angst vor einem Krieg mit Russland ist groß. Nicht zuletzt, nachdem Ex-US-Präsident Trump deutlich gemacht hat, dass die USA seine Partner vor einem russischen Angriff nicht verteidigen würde, wenn sie die NATO-Beiträge nicht vollständig gezahlt haben. Beim Besuch des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Berlin macht Kanzler Scholz deutlich, das Schutzversprechen der NATO, einer für alle und alle für einen, gilt uneingeschränkt. Jedliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Polens Ministerpräsident betont bei seinem Andrittsbesuch in Deutschland, wie wichtig es sei, dass jedes NATO-Mitglied mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investiert. Polen hat seit einiger Zeit die vorgeschriebene Schwelle von zwei Prozent überschritten. Es sind inzwischen vier Prozent. Ich weiß, dass nicht jeder Staat imstande ist, schnell die zwei Prozent zu erreichen, aber ich denke, dass die furchtbare Lehre aus der Ukraine niemanden in Zweifel lassen sollte, dass es wirklich notwendig ist. Auch Deutschland bereitet sich vor. Mit seiner neuen Munitionsfabrik in Niedersachsen will der Rüstungskonzern Rheinmetall die Produktion von Artilleriemunition, Explosivstoffen und Raketenartillerie massiv hochfahren. Denn Deutschland und seinen Verbündeten fehlt es an Munition, die angesichts der Bedrohung durch Russland dringend notwendig ist. Wir müssen unsere eklatante Schwäche im Bereich der Munition so schnell wie möglich schließen. Und dazu ist dieses Werk dringend erforderlich, denn ich habe so den Eindruck, die Zeitenwende ist noch nicht überall verstanden. Die Zeitenwende ist leider auch bei unseren europäischen Partnern noch nicht überall verstanden. Europa muss sich selbst verteidigen können, so Christoph Heusken, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Äußerung Trumps, säumige NATO-Mitglieder gegenüber Russland nicht zu verteidigen, bezeichnet er als Weckruf. Wir müssen uns um unsere europäische Sicherheit kümmern. Das ist etwas, was ja auch bei der Bundesregierung auf der Tagesordnung steht. Und der Verteidigungsminister sagt das ja seit einiger Zeit. Deutschland muss kriegstüchtig sein. Der Zusammenhalt für die Ukraine und ein potenzieller Angriff auf die NATO-Länder durch Russland werden auch ab Freitag Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz sein. Der Zusammenhalt für die Ukraine und ein paar Daten zu verhindern. Untertitelung des ZDF, 2020